Hoch oben im Norden Deutschlands entfaltet die alte mecklenburgische Residenzstadt Schwerin ihre ganze Pracht. Wahrzeichen der Stadt ist das inmitten des Schweriner Sees gelegene Schloss, das Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Basis einer mittelalterlichen Burganlage erbaut wurde. Seit 1990 ist der majestätische Neorenaissancebau Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Doch ob Fürst Nikloth, Stammvater der Herzöge und Großherzöge von Mecklenburg, mit allem einverstanden wäre, was seitdem im Inneren geschieht, darf stark angezweifelt werden. Nur die NPD sorgt schon seit 2006 dafür, dass im Landtag auch der Stimme des Volkes Gehör verschafft wird. Am 21. Juni eröffnete das Parlament beim Tag des offenen Schlosses seine Pforten wieder für Gäste von nah und fern. Und selbstverständlich präsentierte sich auch die NPD-Fraktion den Besuchern mit einem Informationsstand und einem umfangreichen Programm. Während die großen Gäste bei Kaffee und Erdbeertorte in entspannter Atmosphäre mit den Abgeordneten und Mitarbeitern der Fraktionen ins Gespräch kommen konnten, übten sich die Kleinen unter anderem im Bau von Windmühlen. Zur Belohnung gab es für jedes Kind ein leckeres Eis. Darüber hinaus konnte man sich anhand einer kleinen Ausstellung über die politischen Positionen der Nationaldemokraten informieren. Gegenüber DSTV erläuterte Fraktionschef Udo Pasteurs anhand zweier landesspezifischer Beispiele, warum es wichtig ist, dass im Landtag eine wachsame nationale Opposition ein Auge auf die Regierung wirft. Erstens, die NPD hat im Landtag sehr früh und sehr klar aufgedeckt, dass langfristig die Werftindustrie in diesem Bundesland regelrecht kaputt gemacht wird. Leider haben wir recht behalten und leider ist die Werftindustrie mittlerweile in diesem Bundesland marginalisiert. Der zweite Punkt, warum es wichtig ist, eine unerschrockene nationale Kraft als Opposition im Parlament zu haben, ist die himmelschreiende Schande, dass in diesem Bundesland wir Durchschnittslöhne haben von unter 10 Euro brutto. Und das bedeutet in der Praxis, dass über 40 Prozent der Beschäftigten langfristig überhaupt keine Rente sich erarbeiten können. Und das anzusprechen ist ebenso wichtig, weil das die anderen Parteien unisono nicht leisten. Höhepunkt des Programms war eine gut besuchte Gesprächsrunde mit Udo Pasteurs und dem NPD-Parteivorsitzenden Frank Franz, die deutlich machte, dass sich die Nationaldemokraten um genau die Probleme kümmern, die den Menschen wirklich auf den Nägeln brennen. Wir sagen nicht, wir sind komplett gegen Flüchtlinge. Wenn jemand an Leib und Leben bedroht ist, dann gewähren wir dem Schutz. Das ist doch keine Frage. Das ist eine Frage der Menschlichkeit. Wenn wir aber vor Millionen Menschen stehen, die getrieben werden aus Gründen der Macht, der Geopolitik, dann sagen wir hier Schluss. Es ist nicht unsere Aufgabe, Millionen von Menschen durchzuschleppen, die uns andere aufs Auge drücken. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Sozialamt der Welt zu spielen. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe in Mitteleuropa, die Konflikte auszubaden, die die US-Amerikaner anzetteln, damit ihr System weiter funktionieren kann. Jetzt stellen Sie sich vor, uns gäbe es hier nicht. Dann gäbe es Schinger Assasar da unten, da eine Waffe, da eine Unterschrift für ein Volksbegehren, da drüben, Sie sind doch auch für die Homo-Ehe oder und die harte Wirklichkeit, was der Politik fehlt, darauf aufmerksam zu machen, dass die Existenz des deutschen Volkes objektiv zutiefst bedroht ist und über 50% aller Menschen in Mecklenburg und Fortpommern einer prekären Arbeitssituation ausgeliefert sind. Und auch das wieder, prekär, dann braucht man nicht sagen, verarmt. Immer diese Phrasen, mit dieser intellektuellen Zäuberattitüde kommt man dann mit demografischer Wandel. Als sei das ein Wandel. Nein, das ist der Volkstod am Ende. Und der Ersatz der Deutschen in Deutschland durch Fremde aus der ganzen Welt. Und das ist kein Zufall. Und deswegen sind wir hier an diesem Ort, haben wir uns festgewissen, seit acht, neun Jahren. Und wir haben nicht vor, zu kapitulieren. Am Ende des Tages zeigten sich die Abgeordneten rundum zufrieden. Der parlamentarische Geschäftsführer der NPD-Fraktion, Stefan Köster, konnte daher eine positive Bilanz ziehen. Der Tag der offenen Tür hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern im Schweriner Schloss neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Wir hatten heute einen erheblichen und enormen Besucheransturm gehabt. Und auch wenn die Etablierten es gerne versuchen, dass Heimattreue Aussätzige sind und ins Abseits gehören, haben die Besucher sehr viele Gespräche mit uns gesucht. Wir haben ihnen auch darstellen können, dass im Gegensatz zu den linken Parteien, die heute hier im Landtag für ein Homo für alle eingetreten sind, für uns die Familie aus Vater, Mutter und Kindern besteht. Und wir insofern einen absoluten Gegensatz zu der kinderfeindlichen Politik der etablierten Parteien innehaben. Wir bedanken uns bei allen Besuchern. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Zuspruch, den wir hier heute im Schwerin erhalten haben. Und wir würden uns freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr wieder viele Besucher zum Tag der offenen Tür hier im Schloss begrüßen könnten. Denn die NPD ist da, wo wirklich die Bürger auch ein offenes Wort suchen und ein offenes Ohr von Politikern erwarten.